Und wie schon angekündigt, heiße ich wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Space Engineers im Multiplayer mit dem Töl. Und jedes Mal muss ich ausprobieren, jetzt, wie ich in die Dingsens komme. Was machst du denn da? Opfer doch lieber mein Schiff. Lass es, lass es, lass das, lass das. Mein Schiff ist fieger Putter. Mein Schiff ist richtig Schrott. Naja, in der letzten Folge wurde ich verfolgt von dem... Da ist mein Ding, Hauler. Soll ich den mir gönnen? Der wird dich umbringen. Nein, wird er nicht. Und wenn, ich hab eh nichts in meinem Inventar. Naja, haben wir auf jeden Fall, wurde ich von irgendeinem doofen Schiff verfolgt, die ganze Zeit. Und wir hatten zwei, drei Probleme mit Till, der hier nicht ins Spiel reinkam. Ah, hm, kannst du mal kurz freischalten, dein Teil? Was? Ich kann nicht drauf zugreifen. Ah, scheiße. Warte mal kurz. So. Ja, schade. Warte, wo bin ich denn hier? Ach da. Ja, bin unterwegs. Ich will mir gleich aber noch das Ding gönnen. Und du hast Munition, sagst du, ne? Mhm. Ja, soll ich sonst mal mit zu diesem Raiding... zu dieser Raiding Station gehen? Wird nicht reichen, um's zu töten. Wollte du diesen Mining Hauler? Kannst du einfach in die Fraktion gehen und das halt dann nochmal... Wo bist du eigentlich? Über dir. Ich schalte es einfach, einfach einmal frei. Wie geht das? Phil? Was? Wie geht das? Ähm, du gehst in die Steuerkonsole? Oder irgendeine Steuerkonsole? Ja. Äh, dann auf Control Panel. Dann gehst du auf das oberste... Warte, T, K, Assembler, nee, Inventory, Control Panel, ja? Du gehst auf das oberste? Auf den Assembler ist das bei mir. Ja. Ähm, dann hältst du Shift gedrückt und klickst auf das unterste. Dann hast du alle gleiche ausgewählt. Shift, unterste, ja? Und dann rechts, ähm, Share with my Faction. Faction? Hier steht ich mit Share. Rechtsklick? Nö. Hier steht nicht mit Share. Also unter, also da rechts, wo du auswählst. Oder mach es einfach neutral, also mach es einfach für niemanden. Ich kann hier nichts... Ach hier, Owner, Transfer, To... Nobody. Nobody. Yes. Müsste jetzt gehen. Probier mal. Geht? Ja, scheint, ne? So, naja, wo war ich halt... Gebe. So, ich baue ja auch mal das Schiff ein bisschen mit ab. Öh, ne, mach ich schon, du kannst irgendwo hingehen. Wenn du möchtest. Versuchen möchtest. Was ich versuchen möchte, ist... Diesen Mining Hauler jetzt zu töten. Zu töten, ja. Zu töten. Darf ich dir für dein Schiff nehmen? Ne, ne? Mein Schiff? Das Schiff, ja. Ah. Ach, geht ja eh nicht. Na, komm, Energy. Komm, gönn dir. Oh, ja, jetzt weiß ich, was wir brauchen. Was? Ein Cargo-Container. Einen Cargo-Container, hab ich. In meinem Schiff. Ja. Komm nicht da. Doch. Ich meine, hier auf Station. Ja, der ist in meinem Schiff drin. Den kannst du einfach ausbauen. Das ist ein Convayer. Aber diese Rating Station würde da wohl für immer bleiben, oder? Würde Sinn ergeben. So. Timer natürlich nie vergessen. Oh, meine Fresse, es ist riesig. Das Ding. Würdest mich töten oder würdest mich nicht töten? Die spannende Frage. Es wird dich töten. Es wird mich nicht töten, weil ich so geschickt bin. Oh, ja. So, ich bin auf Abfangkurs. Dämpfach machen wir... Hallo? Dämpfach machen wir rein. Das ist kein Asteroid da, oder? Ich bin tot. I heard that. What the fuck? Small Drill Ship. Darf ich da mal spawnen? Ja. Oh, was ist das? What the fuck? Small. Ja, nee, ist klar. Small. Ich bin mal kurz unterwegs. Off, bitte. Und einmal dann kurz beschleunigen. Ne, und einmal dann haben wir auch direkt schon ein neues Schiff kennengelernt. Oder lernt es gerade hier kennen. Ja, gut. Ich habe sogar Oxygen in dem Schiff. Ich brauche auch eine Raffinerie ab. Aus meinem Schiff? Ja. Ja, gut. Das ist eigentlich völlig egal. Ich will jetzt mal zu dieser Raiding Station fliegen. Das. Yes, I will do that. And I'm going to do that. Die besteht aus 1100 Stahlplatten. Was? Die Raffinerie. Na, läuft doch. Die sau teuer. Ich weiß. Ja, 1100 Stahlplatten. Das ist doch viel, oder nicht? Oder nicht? Ja, also. Schatz. Ah. Mein Steißbein. Ja, ich weiß nicht warum, aber mein Steißbein tut weh. Tut mir immer, wenn ich etwas länger gesessen habe. Oh, ich sollte vielleicht mal kurz halten. Das wäre ganz praktisch. Was lustige ist, ich komme auch gleichzeitig unsere Basis näher. Aber Gefühl komme ich dir das Station nicht näher. Ich kann dich schon so leicht erkennen. Ich kann echt keinen kurz halten. Jetzt geht doch mal, ja, das ist das Mensch. Zwei Stunden Power noch. Mach doch einfach die Dampers aus. Habe ich doch schon. Oh, die bewegt sich. Hä? Wieso bewegt die sich auf einmal? Hätte sich doch die ganze Zeit nicht bewegt. Die Station. Die Station. Und das kann sie sich eigentlich gar nicht bewegen. Keine Ahnung. Das ist so eine mit riesigen Schiff, die in die Station macht. Wo hat die Station vielleicht halblich geschahen und das Schiff ist weg. Und das Schiff ist weg. Wie bewegt sich das hier alles? Ich bewege mich dahin, aber nicht dahin, wo ich will. Hä? What the fuck? Das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Wieso? Weil ich nach unten sinke, irgendwie so Schiff fahre. Also nicht... Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Achso. In 10.000... Alter, was ist das? Ah, Energy now, hello. Ne, das habe ich zum Beispiel nicht. Auf einmal sind ganz viele Sachen aufgeploppt. Asailant steht da? Assailant? Keine Ahnung. Und da hätte da steht irgendwas in Großbuchstaben geschrieben. Machen wir die Dämpers langsam mal an. Was ist das? Junge. Sonst soll ich da mal zu Fuß hinfliegen, wollte ich schon sagen. Und dann verrecke ich und spawne ich wieder in dem gleichen Schiff. Das mache ich einfach mal. Wenn du mal entsparen kannst, könntest du das machen. Leu. Bewege ich mich gerade? Warte, wie ging das Ding sonst an? Mit X. Oh Gott. So, gut. So, ich begehe jetzt wieder Selbstmord. So wie in der letzten Folge. Irgendwie scheinst du das zu mögen. Alter! Oh Gott, 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 oh Gott. Warte, ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt sehen. Ich werde abgeschossen. Ah, lecker mich doch am Sacker mal wieder. Hä, wo ist denn der? Ja, fein, ja, komm. Alter. Leute, das sieht aus wie ein Fuß. Was wollt ihr denn alle von mir? Ich bin eh schneller als du. Dein Bus! Oh, oh, volle Granate. Kann ich noch schneller fliegen? Leute, wie schnell ich bin. Und ich glaube, ich habe Oran gefunden, oder? Alter, was ist das? So, ich muss schon die Säge schon mal in die Hand nehmen, hier. No trees passers. Und ich bin tot. Oh, 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 oh. Ui. So, ich spawne wieder in mein Schiff. Einer von uns beiden sollte mal losgehen und Sachen abbauen. Ja, ich habe mein Schiff. Oh, der Scheiss jetzt. Ja, dann baue ich mal Eisen ab. Was? Bau mal Eisen und alles Mögliche ab. Ich muss erstmal zu... Eisen? Das gibt es hier in Unmengen. Damit kann ich mich zuwerfen. Ja, ich brauche Eisen. Ich brauche kein Eisen mehr. Ohne Scheiss, die Dinger bewegen sich hier. Habe ich die Dämpfer an? Jetzt. Ach so, deswegen bin ich immerhin zur Seite gewürftet. Oh. Oh, das Schiff ist so langsam, ne? 104,5 Meter pro Sekunde. Hol mal Eisen und eigentlich so ziemlich alles, was du finden kannst. Außer Stein. Ja. Warte mal, wie benutze ich denn überhaupt die Bohrer? Du musst G drücken und die unter... Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht ist das schon in einer Gruppe gespeichert. Das wäre nice. Orange ist meistens Eisen, oder? Ja, orange ist Eisen, aber Eisen brauchen wir auch. Toggle Block On Off. Was heißt das jetzt? Wenn der Block On ist, dann... Wurde er. Ne, Off würde ich nicht. Ich will hier... On. Tut aber nicht. Wenn er On ist. Ach so. Alter. Das ruckelt richtig... Also, es ruckelt nicht, sondern mein Schiff ruckelt davon voll. Alter. Let's... Meine Bitch. Saugt mein Schiff das von alleine auf? Das überwiegende. Sehr geil. Ich mach dir richtig Laune. Ich hab'n neuen Job gefunden. Jo, gut. Ich baue die Base und du wurdest alles nur nicht aus. Ja. Ja. Haha. Wo die Idioten umzingelt, oder? Wie heißt das schöne? Ein Greg Tagebuch da. Ich baue es gerade unendlich für Eisen ab. Ey, denke, nein. Damit zernimmst du dir halt einmal eben in kürzester Zeit, die mal eben den Planeten hier. Asteroin. Ach, Asteroin. Junge, das meint er richtig Laune. Was? Was los? Da ist ein kleines Schiff neben unserer Base. Neben unserer Base? Und es schießt. Dann wär's ab. Ist das wie dieses komische schwarze Ding? Das ist so ein Asteroin. Ach, das. Das hab ich gerade vielleicht gerade eben angelockt, vielleicht? Ich buddel mich jetzt durch den Asteroiden durch. Müsste passen, glaube ich. Das macht ja richtig Laune, ey. Ach, schön. Alles abbuddeln hier. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, das ist ganz ehrlich. Das Schiff ist aber auch eine einzige Fehlproduktion. Ganz ehrlich. Ah, gut, ich hab das Schiff angehalten. Wie denn? Ey, ich hab den... Guck mal, wenn wir mal Block kaputt gehauen. Sehr schön. Was mach ich denn mit Mode-Control kaputt? Die fliegen hier überall... Äh, die ganzen Eisenteile fliegen hier überall durch die Gegend. Ah. Und gefühlt nämlich hier nicht so dicht auf. Nimmt das... Ist das Teil schon vorne? Keine Ahnung, wo seh ich das? Äh, ii. Dann hast du doch recht, das Inventar der einzelnen Sachen. Ich hab hier auf jeden Fall Invent... Dings... Flaschen. Medium Cargo-Container. Fee und Stone. Nein, Masse 47,5 hier 2. Volumen 17,5. 83 von 33,7,5 0. Okay, er schießt immer noch, aber ich buddel mich grad von der Mitte, so ziemlich ein bisschen nach vorne durch. Du buddelst dich? Du machst das Schiff die ganze Zeit von hinten kaputt mit dem... Ja, du buddelst mit dem Schiff die ganze Zeit von hinten kaputt mit dem... Weißt du, was ich mein? Nö, nö. So, dann haben wir auch hier gleich schon ordentlich was abgefressen. Das Skiroskop ist gleich weg. Das Schießding, oder was? Nein, das Skiroskop ist das, was so ziemlich das ganze Schiff gerade hält. Das ist das Teil, der kann jetzt überflügt dich steuern. Ja, dann musst du es wieder anbauen, damit du es dann gleich übernehmen kannst. Weißt du, was ich mein? Ich will das nicht übernehmen. Ich will die Rohstoffe verhauen und irgendwas anderes ausbauen. Ja. Und hinten ist noch so ein komischer Planet. Der ist zwar nicht orange, aber... Ich... Nee, warte mal. G war das. Toggel... Was heißt eigentlich Toggel Block On Off? Du könntest wieder aufgehen. Off. Off. Jetzt will ich ausgehen. Jetzt habe ich es an. Es geht nicht wie aus. Hä? Das kann doch nicht mal... Off. Bitteschön. Ah, okay. Gut. Okay, jetzt dreht sich zwar immer noch, aber egal. Ich komme wieder zur Basis zurück, ne? Nio. Wieso dreht sich das Ding immer noch? Was? Na, das Ding hier. Mein Bohrer. Wo ich ihn eigentlich ausgestaltet habe. So. Der beschleunigt sehr, sehr langsam. Was schießt denn hier? Geh, ich muss das Ding irgendwie ausbekommen. Geh doch aus, du dummes Ding. Off. Und? Off. Es geht nicht. Achso. Hey, dein altes Schiff ist verschwunden. Ist das ein Schiff? Da ist der As-Sailant. Der kommt mir gerade entgegen. Stehen wir den gerade auf Kollisionskurs. Hm? Was ist? Lass mal das so. As-Sailant ist tot. Nee. Also zumindest bewegt er sich nicht mehr. Achso, ja stimmt, der ist kurz vor unserer Basis. So, wir haben noch eine Minute. Ähm, vielleicht nehmen wir nachher noch einmal eine Runde auf, oder? Ja, okay, ich bin Gott. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Uran. Jetzt ist er weg. Der As-Sailant. Ich hab den Generator ein bisschen kaputt gemacht. Beziehungsweise ist ihm das so rangeklaut. Wenn ich denn an der Station bin, an der Station, würde ich sagen, war es das auch schon wieder, also, mit der, mit der ersten, mit der ersten, mit dieser Folge. Hm, in der nächsten Folge denke ich mal, weiß ich nicht, was haben wir da vor? Ich hab jetzt mal ordentlich Eisen mitgebracht. Jo. Ich hab, also, ich hab in der derzeitigen Folge an dieses Teil davon gebaut und hinten, also einen Cargo-Container und hinten die Sachen verbunden. Das hört ja schon mal ganz gut an. So, wir haben noch tausenden, neunhundert Meter. Ist dann noch irgendwo das Schiff, mit dem ich auf Kollisionskurs sein kann? Aha, mein Schiff liegt ja noch. Ja, das ist der Timer. Wow, das kommt total schief an. Dein Schiff oder mein Schiff? Ach, mein Schiff, ne? Dein Schiff ist weggespawnt. Oh ja, lol. Und das Schiff ist ja halt auseinandergenommen. Oh, Gott. Ja, dir hast du das aber richtig gezeigt. Oh, Gott. Der wird reingefressen. Ach, scheiße. Wo bist du? Wo bist denn du da? Ich bin noch da. Guck mal hier, schönes Schiff, ne? Hab ich gefunden. Ach, das Ding, ja. Das ist so scheiße, guck mal wie scheiße breit das ist. So, dann laden wir doch mal schön hier. So, gerade. Langsam. Wüsste eigentlich, ah, ich fahre mal kurz vor. Ja, dann sind wir auf dem Home-Bildschirm und damit verabschiede ich mich jetzt. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Warte noch kurz. Was, warte noch kurz? Ja, dann warten wir noch mal kurz. Ich muss auch kurz meine Sachen wegbringen, weil sonst sind die weg. Ja, okay, verstehe ich. Ähm, apropos Home-Bildschirm, ähm. Ich wurde darauf angesprochen, das rauszuschneiden. Ich hab's auch schon überlegt. Und jetzt, nur für diese paar Sekunden, weiß nicht, ob sie ja wirklich lohnt. So. Also, ich meine mich gut, mich nervt es auch. So, die Japaner raus, diskonnected, jetzt gucken wir doch einmal. Ganz gut an, was er hier gebaut hat. Da sind Cargo-Container vor. Ja, die hinten verbunden, damit dann auch von überall überall hin drauf zu greifen kann. Ja, okay, ja. Du brauchst auch noch ein bisschen ein, um das zu Ende zu bauen. Ja, gut, gepaart, also parken kann ich auch nicht wirklich. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja.